Servus, Freunde des guten Gamings! Willkommen zurück zu der nächsten spannenden Folge ad infinitum. Also allzu lange durfte das Spiel jetzt eigentlich nicht vergehen. Vielleicht ist dies ja schon die letzte oder vorletzte Folge. Kommt darauf an, wie sich Olga gleich beim Kampf anstellt? Genau. Wiii, Gold, was? Allwissend? Ja. Hast du alle Dateien gesammelt oder was? Scheint so. Zumindest habe ich soweit eigentlich alles gelesen, was hier so rumgelegen hat. Okay. Das ist natürlich. Gut, aber ich glaube den Erfolg mit der Verkennungsmarken, wenn wir nicht, da müssen wir noch mal spielen. Aber wir spielen ja sowieso noch mal wegen dem schlechten Ende. Gut, hat es mal eben Gold gegeben. Allwissend. Aber warte, ich kann ja mal eben, ich kann ja mal eben nachschauen, ob das jetzt wirklich war, weil wir alles gelesen haben. Achtung! Achtung! Warum will das scheiß Ding, diese scheiße App, das ich mich jetzt neu anmelde? Ah, das ist echt... Mei! Ja, das fühlt man nicht so genau. Nee. Da. 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 Eeeh. Ow! Eeeh. Eeeh. Ich glaube, er hat uns gerade mitgenommen. Das nette Vieh. Oh, hör auf. Vieh. Ob es wirklich so nette ist, ist eine andere Frage. Ja. Blub, blub, blub. Auf die Beine, Soldat. Los, wirf mir die Sicherung zu. Siehst du überhaupt was? Hier. Wow. Dann ist Schusswaffen. Schnapp dir diese Ausgebot der Hölle. Ich repariere den Flaggscheinwerfer und dann geben wir ihm den Rest. Keine Müdigkeit vorschützen. Los, los, los. Läuft hier wieder blind da rein, ey. Ja. Ich glaube, ich habe immer gerne Rubin rein. So, ab jetzt. Geht doch. Oh, du hast einen Ballermann. Ja, ich habe jetzt einen Ballermann. Ich kann nicht alles abknallen, weil mir viel vor die Flinte läuft. Nicht? Ja, wenn man auch trifft. No. Wenn, ne? Wenn das nicht gewendet. Ja. Ah. Allwissen, liest alle Briefe Ach, alle Briefe Ja, aber Zufall, ey Ja Direkt beim ersten Durchgang, dass wir alles gefunden haben Ja, ne Sowas ist äußerst, äußerst selten Da Mann Schieß Er hat mir meine Waffe weggenommen Hä? Schmerz Ah Schmerz, ja ich hab auch Schmerzen Wo denn? Das möchtest du jetzt gerne wissen, ne? Vielleicht auch nicht Wo sind wir jetzt? Ah, okay Ja, ne? Ah Mann Es geht doch Was wirkt das? Hallo? Das war so klar Kannst du mich hören? Soldat Soldat Ja, mach Daneben Mann, ich bin den einen unteren da Nicht den da Schlingelchen da Mann, geh weg Das war mein Zange Da, unten rechts Versuch mal den unten rechts Wenn's geht Nein, ne, ne Das wird nicht so wie ich ihn habe Bisschen blöd Ja Ich krieg den doch gar nicht Ja Ich kann's wieder nur wiederholen Diese bescheuerte Spielmechanik Ja Oder sie Sonst Sonst nur einen hier Nicht beweglichen hier Äh Ich will doch nur den da unten Ja Vielleicht jetzt Ne Gott, ist ja furchtbar Ja, der ist so weit weg Ja Kann ich ihn jetzt treffen? Mann Nein Nein, kannst du nicht Vergiss es Boah, ich hab furchtbar Nein, da kommst du nicht dran Boah, ich hab furchtbar Und dann muss er sich noch einer sein Der sich nicht bewegt Was sagt die Zeit? Oh, wir haben noch Zeit Ja Äh Hm? Hm? Nee Nee Da müssen wir ein bisschen spoilern Weil das hat so keinen Sinn Ich kann's ja auch mal probieren Hm? Muss ich um die Taste drücken? Hm, ja X eigentlich X Okay Oder muss man vielleicht Äh, vielleicht sich hinknien Und dann Ah, nee Nee Ich hab's gerade probiert Hm Hm Nee 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 Mann, ist das bescheuert gemacht, ey. Und zurück. Ah, guck mal. Ah, furchtbar. Manchmal ist es ganz simpel. Komm, egal. Es geht weiter. Genau, Gott sei Dank. Ich habe es einfach mal gedacht, versuch mal drunter herzukriechen. Ah, Vorsicht vor den Tauben. So, ich habe ja in der vergangenen Folge so, den drunter nennen, den müsstest du aber eigentlich. Okay, dann krieg ich drunter her, oder? Komm, komm, es geht so. Wunderbar. Ja. Hauptsache. Ja, Hauptsache du bist durch. Genau. Ja, ich hatte ja in der letzten Folge das Schildchen Weinblätter gegessen. Ja, das musst du hier durchtrennen. Ja, das Schildchen Weinblätter gegessen. Ich will, verstehst du, für unsere Freiheit. Und was soll ich sagen? Ich habe noch immer Hunger. Ja, echt? Ich habe Hunger. Ja. Ja. Genug wäre. Ja. 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 hierdurch ja nicht fallen ich war nicht fein nein ja ja blöd tauben ja ja schon aber da diese kürzlich ja 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 kleiner insider schaut euch mal unseren spiegel ein short an ja dann wählt ihr es versteht ja den musst du auch aktivieren was hast du denn erwartet du glaubst wohl ist alles sie haben dir respekt zu zeugen schneid durch oder krabbelt unter ist mir auch wurscht so jetzt wieder licht aktivieren licht auch wieder licht nope geh durch geh durch licht und jetzt durch 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 sagt die zeit ja ich guck jetzt ja 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 perfekt also dann war es jetzt noch nicht die finale folge vielleicht ist es die nächste es wird auf jeden fall spannend und wir sehen uns bei der nächsten folge ja ja tschüssi Tschüss.